Ja, moin! Schönen guten Tag meine Damen und Herren! Endlich mal mit Fokus uns in Scharf und nicht diesen ganzen anderen Kladderadatsch wie vorher. Ich habe mir endlich eine neue Kamera zugelegt und die alte Fotokamera habe ich abgegeben. Nun, es gibt mich also auch in Scharf. Ich wünsche euch super viel Spaß mit den neuen Folgen von Among Us. Und die waren heute sehr, sehr wild. Die waren schon so ein bisschen nach meinem Geschmack. Und lasst mich überraschen, was da so die Woche kommt. Ich möchte mich übrigens bei allen mal bedanken, die immer einschalten, das Däumchen drücken, abonnieren und unten noch Kommentare reinschreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ich habe auch unter den letzten Videos eure Kommentare gelesen und freue mich sehr. Es hilft mir persönlich auch immer weiter zu progressieren in Among Us. Und ich denke, es wird von Woche zu Woche besser. Also, ich wünsche euch super viel Spaß mit den Folgen und bis dahin! Meine Damen und Herren, schönen guten Tag! Ich habe schon mal angefangen zu reden, aber habe natürlich wieder schön vergessen, den Knopf zu drücken. Ha! Jetzt bin ich da! Sehr gut! Wir gehen mal wieder rein hier in die Among Us-Nummer. Mal gucken, was hier heute rauskommt. So, jetzt haben wir erst mal Frühjahrs Putz gemacht hier bei dem Müll. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Der Schweiß. Oh, der Schweiß. Okay, es kann natürlich nicht mehr Klima drin hier. Wir machen mal noch einen Upload, oder? Wir spielen ja hier mit Profis. Guck, zack, fertig. Alarm. Warum denn schon wieder Jay? Jo, guck mal, wie sieht das aus mit den Bildern hier. Ja, geil. Oh, mein Ballon hält. Hallo. Scheiß drauf, Jay ist tot, aber es sieht super geil aus. Das geht auch so nice. Auch wenn mich Chris Blubb irgendwie ein bisschen da kitzelt. Okay, also die Leiche liegt ganz rechts. Und ich glaube, dass der Reaktor nur angemacht wurde, um die Leiche halt zu deafen. Und ich glaube, das ist gerade eben der ist passiert. Ganz rechts. Also ich habe eben in Edmund geschaut. Da waren zwei Leute in Storage, vier Leute in Electrical, kurz vor dem Reaktor-Ding. Und dann bin ich halt hingelaufen. So, ich würde sogar die beiden ausschließen, die Reaktor ausgemacht haben und die, die alle Electric waren. Wir waren zu dritt sogar im Reaktor. Genau. Wir haben ja nicht zuviert, sondern wir waren Türen zu. Hier waren sehr viele. Also zwei kamen von unten. Wer hat die denn ausgemacht? Ja, ich war mit unten. Ich habe oben gemacht. Genau, und ich habe beide beobachtet. Also es wäre ein Dada-Schmeich, glaube ich. Und als wir aus dem Reaktor raus sind, als der aus war, kamen von unten zwei, aber ich weiß die gar nicht. Ja, das war, glaube ich, Kalle und ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann natürlich sein, dass es zeitlich reichen würde für die beiden, oder? Wenn die, wenn die jetzt... Ja, ja, also... Aber auch. Welche viel lag die Leiche? Ganz vorn, also wirklich, ganz am Ende der Map sozusagen, ganz rechts. Also bei Navigation, oder was? Ja, genau. Also so weit rechts ist es okay. Da habe ich aber eben auch nur eine Person gesehen, also über Admin. Jay? Oder... Achso. Ich habe tatsächlich, ich wollte gerade sagen, ich habe da als erstes diese Fadenkreuz-Task gemacht, da waren Jay und Chris waren da beide. Ich bin rechts, also ich weiß nicht ganz, ihr redet hier von Navigation und keine Ahnung. Ah, okay, verstehe, okay. Also noch so ein bisschen rechts, rechts unten. Genau, ich bin rechts unten gewesen und dann kam dieses Reaktor-Ding und dann wollte ich nach links laufen. Nach links, da war die Tür zu, da musste ich quasi wieder zurück und dann oben rechts rum. Und die Tür geht nach einer Zeit wieder auf, weil ich weiß nicht, ob das so heißt. Die Tür öffnet sich nach einer gewissen Zeit. Ja, wir sehen dich, wir sehen dich. Ich muss mir einfach was Neues aussagen. Das schockt nicht mehr, die Leute kennen das schon, die Strategie. Sehr gut, ein. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ah! Okay, cool. Was ist los? Verdammt, ich glaube, ich habe zu schnell gedrückt. Moin. Warst du beim Töten? Ne, ne. Ich habe gerade noch gesehen, wie die Vents gewackelt haben. Und eigentlich hätte ich ja direkt die Kameras nutzen können, um zu gucken, wo er vielleicht dann rausgeht. Jetzt habe ich aber zu schnell den Report gemacht. In Security. Die Kameras gingen aus und dann dachte ich schon, hm, ich gucke mal rein und da liegt tatsächlich Kalle. Und ich habe aber unten noch die Vents wackeln sehen. Ich hätte jetzt echt warten müssen. Vielleicht wäre da ja Mad Bay raus oder so. Ich kann ausschließen Dizzy und Dalu. Ich kann ausschließen Dalu, Sven und Dizzy auch, ja. Also ich stehe ganz rechts Navigation. Ich wollte gerade fragen, wer die Kameras ist und muss es bestätigen. Aber das ist dann Christding, die Runde. Ja, ich glaube, der Anfänger ist der Frost da. Also ich würde er in der Nähe der Leiche kriegen. Ich würde, also... Ich würde, also... Ich habe in der ersten Runde... Naja, das Ausschlussverfahren einfach, weil... Und Maxi sagt doch gerade, er kann sagen, dass ich es nicht bin. Genau, ja, ja, ich habe Swain und den Storage gesehen, wie er in Electric gegangen ist. Achso. Also für mich ist auch Chris hier der Verdächtige. Und sonst ist es noch irgendjemand zweites. Aber ich denke mal, Chris war halt zwei von zwei in meiner Nähe. Aber I don't know. Wo war Maxi die Runde? Maxi war unten recht schiel. Ja. Stand auch Dalu rum. Er ist jemand mit dir bei der Leiche gewesen, beim Reporter? Nee, nee, ich war die Runde tatsächlich allein. Ich war nur kurz Admin, hat man mich, glaube ich, am Anfang mal gesehen. Aber ansonsten war ich dann alleine, weil ich nach Admin, nach Mad Bay, ihr habt den Scan gemacht, weil ich alleine. Und danach eben die Kameras aus und dann Security und dann ein Report. Security noch ein Self-Report gemacht? Ja, aber ich war der dritte bei uns bei Shield, den wir... Ja, ich habe schon öfter Self-Report gemacht, aber... Kann irgendjemand Dizzy decken? Aber ich habe auch erste Runde, da war ich die ganze Zeit Electric, habe auch das Light gefixt und so. Also, ja, sehr unwahrscheinlich, dass... Die Sie war Kabel, was ist das für ein Call? Die Sie war Kabel im Storage. Ja. Da stand ein Kabel, als ich ihn gesehen habe. Das war kurz der Report. Also, als ich dich auch gesehen habe. Ich habe Elektriker gemacht, ja. Was reicht mit Mike los? Der redet so wenig. Aber das ist doch immer nur Einzelkist. Wieso rede ich wenig? Redo die ganze Zeit. Es ist einfach mal Chris. Aber ich weiß nicht, wer der zweite ist, weil Chris war eben gerade auch Navigation. Ich sag Chris. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und ready. Ja, das war jetzt Mike. Wait, Mike habe ich noch gerade noch alles gesehen. Das war er gesehen. Chris, das ist nicht so gut. Liegt der Admin oder ist er schon raus? Mike liegt direkt vor Electric. Okay. Okay, dann war er vor Admin oder was, Chris? Ja, wenn er ein Admin ist. Also, wenn du direkt nach unten gehst. Dalu habe ich vorher auch da gesehen. Nee, das stimmt nicht. Also, du bist aber doch, aber du bist weggegangen und dann kam Mike da rein. Also, ihr habt euch, glaube ich, nicht getroffen. Also, das ist schon ein bisschen länger her, ja. Genau, am Anfang gingen aber Dizzy und Mike zusammen von Cockpit aus. Schwierig, ich stand da eben gerade. Weil kurz bevor das Licht ausging, kam Dalu mir ein Reaktor entgegen. Als ich in Licht reinging, war da noch keine Leiche vor Electric, so gesehen. Und als ich wieder rauskam, lag der Mike. Vielleicht ist Mike einfach hingefallen und hat zehn Fennig gesucht, oder so, wie weiß ich. Also, entweder ist er Dalu entgegengekommen oder er ist in Richtung Storage gerannt. Soll ich dann bis zum Ende immer noch in Reaktor, weil ich Simon Says gemacht habe? Ich will dann wissen, ob MyArray bis zum Ende in den Cams oder ob er auch zum Licht gegangen ist. Also, ich bin nur kurz tatsächlich in die Cams und bin dann noch mal ganz kurz zum Reaktor rüber, wo du, Dalu, eben bei Simon Says warst. Das kann ich bestätigen. Und Dizzy hat, glaube ich, oben die 1, 2, 3 Reihenfolge wahrscheinlich gemacht. Ah, das Licht war doch auch so, ne? Irgendeiner ist von links gekommen. Ja, ja. Ich kann ja trotzdem auf Tuchfühlung gehen und dann bin ich aber mit Dizzy quasi runter. Dann ging aber das Licht auf halbem Weg wieder an und dann bin ich eigentlich wieder zurück. Und ich weiß nicht, wie Chris spielt. Das macht es so schwer. Chris war ein Cockpit. Ich weiß nicht, wie ich es ganz rechts bin. Okay. Bist du nach oben oder bist du oben rum oder unten rumgelaufen? Durch die Mitte wieder. Also, es muss doch Chris sein. Nee, also, dann musst du mir aber gegen... Ich glaube auch, dass es Chris ist. Es muss doch... Ja, irgendwie ist er immer in der Nähe. Oh Mann. Ja, Ray, du bist... Leider habe ich nur dicht hinterher rennen sehen hinter Dardoch und jetzt ist Dardoch tot. Für mich bist du gerade. Was? Ich bin... Du bist mit... Okay, Maxi, das macht dich aber dann selbstverdächtig, weil du warst vor mir. Wie will ich über dich drüber ihn killen? Okay, jetzt stirbt... Du bist aber... Ich bin hoch Cafeteria gerannt. Ihr seid mir beide aus Admin entgegengekommen, glaube ich, war das. Ihr seid mir... Genau, ihr seid aus Admin runtergerannt, Richtung Storage zusammen. Da habe ich euch aus den Augen verloren. Jetzt komme ich wieder... Ich bin Shields und du... Und dann bin ich an... Nein, Communications vorbei. Und du laufst vor mir, gehst dann da nach unten. Ja, aber du hättest ihn hinter mir töten können. Wie bitte? Du hättest ihn hinter mir, als du in Storage warst, töten können, Ray. Das war das. Ihr seid zusammen... Ihr wart noch beide in Storage. Aber da war doch nochmal jemand. Communication gegangen. Habe ich nicht gesehen. Ich war in Communications. Also für mich macht... Ja, aber Maxi hat diesen Kill nicht gemacht. Also das wäre komisch, würde ich behaupten. Jeder, der reportet, kann auch killen. Ja, aber die Animation war nicht. Seine hat ihn gekillt. Hast du nicht den ersten Reportet? Ich sehe, dass ich komme und hat dann reportet oder so. Das könnte halt auch sein. Aber das erinnert ja nichts. Jeder, der reportet, kann auch killen. Ja, klar. Aber ich meine aber nochmal jemand, bevor der Reaktor kam. Weil ich habe jetzt Shields meine letzte Aufgabe gemacht. Also wenn das Problem ist, wir müssen voten. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht von Sven, ich weiß nicht von Dizzy. Ich habe nichts. Dizzy war mit mir in diesem... Wo denn, Sven? Dizzy, wie hieß das? Electrical? Electrical, ja. Oh, der kann fast aber... Der ist ja noch mit runtergegangen. Also Dizzy hat mit Electrical vorbeigelaufen. Nee, 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 Dizzy ist nicht von links geworden. Ich votee, ich votee das, was wir die ganze Zeit vermutet haben. Ja, ja, Chris, ja, ja. Das müssen wir fassern. Ich war doch bei Dizzy, ich war bei dir. Nee, aber die anderen Morde davor. Habe ich nichts mehr zu tun? Was war denn? Wenn das jetzt wirklich nicht ist, dann... Das würde jetzt nicht gewesen sein, weil alle drauf eingegangen sind, direkt. Ja. Frech. Richtig frech. Frech? Aber Endes ist jemand gestorben. Okay, also ich will kurz klarstellen, dass das dann für uns relativ gut aussieht, dass wir Chris rausgeschmissen haben, weil sonst hätte irgendwer, irgendeinen einfach gekillt. Und dann wäre es zu Ende gewesen. Es sei denn, die Leute wissen das nicht, aber das glaube ich nicht. Na doch, Dado. Er war dann gerade eigentlich nicht bei uns. Dizzy. Der war Admin. Der Einzige, der Sonnenkill letztens einmal nicht gemacht hatte, war Dizzy. Was soll das denn jetzt schon wieder, Dado? Wo man einfach irgendeinen töten müsste, um zu gewinnen. Aber es ist auch nicht in meiner Natur immer zu gewinnen, Dado, verstehst du? Manchmal möchte man auch einfach mal verlieren. Okay. Ja. Aber wir sind mit den Tasks fast durch, glaube ich, habe ich gesehen. Wer hat denn noch was? Ich bin auch fertig. Ich habe alles durch. Jo. Ja, dann bleibt ja nur noch Ray. Oder? Ich habe doch gesagt, ich habe alle gemacht. Ich habe eine Runde davor schon alle gehabt bei Sheet. Wir sind alle so fischig. Also ich habe mittlerweile meinen Verdächtigen. Wer ist es denn? Ich skippe jetzt erst mal. Wer ist es denn? Da süße ich mich. Oh Mann, ey. Dado, jetzt sprich, wer ist es? Nein, ich weiß, es ist so verdammt. Hast du nicht wieder ein Rätsel für uns? Nee, nee, das ist nicht eindeutig. Oh, schade. Ah ja. Aha. Das Problem war einfach, ich habe übelst lange noch mit meinen Aufgaben gebraucht, weil ich am Anfang die ganze Zeit nur in diesem Security-Raum war und dann Chris mich abgemurkst hat. Ihr wart so schnell. Ja, war es mein einziger Kill. Der war Sven. Der Kill, für den ich nicht verdächtig geworden bin. Für alle anderen bin ich gekickt worden einfach. Wäre eine starke Runde von Sven. Ja, es war ein bisschen zu langsam, aber sonst echt schnell. Wenn der Mike gekillt hat, war einfach 10 vor 10. Neben Maxi, ey. Da war ich impressed. Ich habe gestern ein paar Stunden gespielt, aber vielen lieben Dank, Jay, das nehme ich an. Ja, da habe ich nicht schlecht gestaunt, dass du dann da den Bogen umgelaufen bist, damit man dich nicht im Radius sieht, der Dunkelheit und dann Maxi vorbeigelaufen ist an dir, den Strom ausgemacht, dass du nach unten gegangen bist und Mike gekillt hast. Ja, fand ich auch echt stark. Ich habe noch einmal kurz Angst in der Runde, als Ray und Maxi gegenseitig sie so ein bisschen... Ich habe mir schon fast gedacht, dass es ein anderer war. Das war dann halt ein bisschen schade, dass dann das so Bär auf das gegenseitige Shooten dann fast schon raus lief. Aber zum Glück haben wir das dann relativ schnell wieder fallen lassen. Ich wollte gerade sagen, weil, was du schon sagtest, wenn da noch jemand drin war, dann muss er links hingelaufen sein und da waren Sven und Dizzy auf einmal. Das war stark von den Posten. Ich habe tatsächlich zwei unten gesehen, eben Mike und noch jemand. Und deswegen habe ich mir schon fast gedacht, dass das der andere ist, weil du es... Also dich hätte ich halt jetzt echt ausgeschlossen. Aber ja. Sven hat das super gut gemacht, muss ich sagen. Nur jedes Mal, wenn Sven mir in die Idee gekommen ist, dachte ich mir so... Gleich ist wieder einer tot. Ich hatte Dizzy verpflichtet. Ich hatte Dizzy nicht Sven. Ja, das ist perfekt. Ich? Aber du hättest ja ruhig Chris auch mal helfen können, als ich ihn nachfällig gemacht habe. Warum hast du denn Dizzy? Ich konnte ihm super schlecht selber einen Ali begeben. Nee, nee. Und dann bin ich mit Dizzy rumgelaufen. Irgendwo stirbt einer. Das war auf jeden Fall Chris. Hä, was? Ja, mein Chris war immer da. Ich war leicht links. Ja, ich war ganz rechts. Ich war ganz links. Aber am Anfang, Jay war rechts oben alleine. Weißt du, ich denke mir in dem Raum so... Boah, den jetzt zu killen wäre bestimmt viel zu früh. Ja, geh erstmal nach unten. Da kam mir Sven entgegen nach oben. Und ich denke mir so... Und kill mich entgegen. Ich stehe gleich zu. Das war so richtig unangenehm. Das war so richtig unangenehm. Der stand da einfach so... Ja. Du bist da einfach so... Ich bin so... Ich bin so schwer, das ist vor... Und jetzt, von oben. Wir wissen, dass du jetzt... Ich bin so schwer, dass du das jetzt nicht mehr anwesst. Und du überrasst. Wir wissen jen, was du in den Geist. Nein, du überrasst. Vielen Dank.